Drachen Gärten so ich glaube ich mache noch mal Mephisto oder was sagst du? Moin! Also der Ritchie der ist richtig gut mit Chromie das kann ich sagen Kannst du Anna machen? Und wen soll ich dann boosten? Kann ich machen Bann mal was Und dann willst du DD spielen? Ja, dann spiele ich Thrall, das geht doch auch für den boosten Was soll ich Bann? Ähm Ja Was Modan oder Rayna oder Keltas Diablo First Break oder? Ja Ja Anna ist weg Ach Das ist natürlich doof Chromie next? Mach mal Chromie Mach mal Chromie Äh, kannst du, willst du Lili machen? Wäre glaube ich besser Lili? Ja, die haben Sire Hm 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 Was werden noch gut mit Thrall und Chromie und all dem was wir hier haben? Tyrande eigentlich, ne? Oder? Ich würde sagen Arztmodern. Rainer wäre auch böse, aber Sylvanus. Da ist noch ein Auto Attacker. Bist ein bisschen leise. Warte mal ist das schon wieder hier runtergepegelt? Ja, ich mach dich mal lauter. Und man kann deinen Namen gar nicht mehr lesen, ne? Boah, jetzt bist du zu laut. Das Warten hat ein Ende. Mein Name? Ja, der letzte Buchstabe ist ein bisschen von dem Boost. Aber das ist beim Dieter auch so, ne? Äh, beim Klaus. Klaus-Gieter. Mhm. Boah, Fünfergruppe, alle Placement, ne? Eieieiei. Eieiei. Nimm mal, äh, mach mal, ähm, W-Bild. Weil dann hast du auf Level 1 nämlich noch ein Blind mehr. Ja. Was war W? Die Schlange. Echt? Sag mal, haben die hier das Ladebild verändert? Das ist doch ein anderer Drache, der da steht, oder nicht? Ja. Oder? Das ist ein anderer. Ich dachte nämlich eben schon, bin ich jetzt voll bescheuert, oder was? Ne, haben die doch auch geschrieben, die haben irgendwie die Visuals verändert. Das hab ich nicht gelesen. Dann wirst du auch im Spiel gleich anders aussehen. Okay. Ich bin ja von dem Drachenbild eigentlich kein Freund, aber wenn du das sagst, dann mach ich das so. Sonst heißt es hinterher, daran hatte die Gelegen. Also auf 1 schon die Windschlange, ja? Ja, ja. Auf 1 die Windschlange, ne? Und du time das so, wie, also wenn du wirklich einen Blind willst, ne? Ja. Dann machst du die auf einen drauf, weil der Spiel ist sofort im Blindschluss. Ja, aber ich kann die auf die Schlange nur auf dem Verbündeten machen, oder nicht? Ja, ja sicher. Aber je nachdem an wer, also sagen wir mal, ich bin da an dem Gegner dran, der die Autotext macht. Ja. Machst du die auf mich? Okay, alles klar. Ja, hab ich verstanden. Hm? Ey, Klausi, machst du Top-Lane, oder was? Ja, mach der. Heal it! Heal it! Nice! Also ich mag das nicht mit der Schlange zu healen, ne? Ja, da kommt halt nix raus, irgendwie. Hä? Die Schlange gilt doch noch gar nicht. Ja, aber später doch. Oder nicht? Leute, was mit Leyens? Warum ist hier kein Up-Up-Up-Up-Up? Boah, ich hab Lilly so lang nicht mehr gespielt, ne? Aber muss einfach nur Q gedrückt halten. Haha. Wupiii. Wupii! Wupiii! Wow! Wow! Oh, der hat nichts mehr. Very nice. Good job. Oh, etc. Nice. Good job. Wir sprechen nur Englisch oder was? Ja. Hast du Englisch geschrieben? Äh, nö. Ich hab ihn, äh, sowieso im Mute wegen Video und, äh, aber er hört uns. Also du kannst, du musst nicht. Er kommt damit klar. Getroffene Helden erhöhen die Dauer von Wolkenschlange. I'm coming up. Nicht schlimm. Ich geb dir die Schlange. Double Blind. Das ist schon nicht schlecht. Was war das denn? Ich dachte, da könnte ich eben die Power Basen da. Ich bringe eine Zaya mit. Nice. Nice. Good job. Kommt eine geblindete Zaya angeflogen. Ich bringe ein, das ist schon. Ich bin ein. Ich bin ein. Für Manalo Ne normal wir haben ja auch zwei Silberleute dabei Im Gegensatz zu uns Und man muss dazu sagen Silberleute die deutlich besser als Silber spielen Die aber keine Smurfs sind Also Der Disclaimer muss an der Stelle mal rausgehauen werden Das war der Blind Und Hops Das ist richtig Grady Oh das ist Grady Ich bin Manalo Ich bin komplett leer Ja Look Aber der Sound ist doch auch schon wieder überarbeitet oder? Ich höre Sprüche die habe ich noch nie gehört Eben schon Darf ich den Wasserdrache nehmen? Na ja Na ja okay Ich bin komplett leer Ich bin komplett leer Ich bin komplett leer Ich bin perfekt So Die bistNothing Ich brauche einen Pool. Okay, ich gehe zum Drachen. Ich bin jetzt Lilly, man. Ich spiele jetzt nur noch Lilly. Okay. Lass uns beide so sehr leiden, wie ich gelitten habe. So close. Nope. Oh. Blocked. Normana verult. Ich bin Mann, hallo. Oh. 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 Arme Diablo Keiner hat ihm geholfen Hartkämpf von denen Okay Easy 3 gegen alles Nice 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 Oh oh Ja wir waren auch nur zu viert gegen alle 4 gegen 5 und ich habe alles getroffen So spät im game mit uns mitlaufen Eine Soloaktion Was die Mikaelickeepen von allen kriegt dann? Werfen alle? Boah, ich muss die ganze Zeit niesen, ne? Aber es kommt nicht. Schlägerei auf Abort, Schlägerei auf Abort. Schau mal nicht. Zurück, zurück. Jetzt. Okay. Auf, auf, auf. Es muss immer einen Drachenritter geben, aber werdet ihr es sein. Was denn? Was bist du denn? Ja, die sind gut im Laufen, ne? Was soll ich sagen? Nice. Oh, ich cleanse dich. Push, push keep, ja. Ja. Hier. We. Go. So. Yep, yep. Oh. Bin gelingert. Ach. Ach. Unterwachen kannst du doch nicht. Ja, klar. Aber ich wollte Phallus eigentlich noch retten. Nice. Good job. Good job. Okay. So. 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 Ein verdienter Sieg, Helden. MVP. Nice.